Harry Potter hätte ein Geschwisterchen gehabt? Jekyll Rowling veröffentlichte einmal, dass Lily Potter mit einem zweiten Kind schwanger war, James und Sarah Snape sich ausgesprochen und Frieden geschlossen hatten und Lily Potter Snape als ihren Paten bestimmt wollte. Als Voldemort in ihr Haus kam und Lillys und James Potter vor der Geburt des Kindes das Leben nahm. Wow, was ein trauriger Fakt.